Die Aufgabe im heutigen Video ist die gleiche wie im Teil 2. Logikgleichung aufstellen und optimieren. Wir lernen heute eine weitere, für einige vielleicht einfachere Methode kennen, den Kanoplan oder auch KV-Diagramm. Herzlich Willkommen auf Technik selbst erlebt. Profis auf dem Gebiet sehen einer Logikgleichung sofort an, wie sie optimiert werden kann und werden sagen, das KV-Diagramm ist was für Amateure. Aber genau das sind wir ja. Mit dem KV-Diagramm werden einige wahrscheinlich besser zurechtkommen als mit den Rechenregeln. Bevor wir uns einige Beispiele ansehen, müssen wir uns zunächst mal damit beschäftigen, wie man ein KV-Diagramm richtig aufstellt und wie man damit umgeht. Und dazu braucht es vier Schritte. Zunächst mal muss das KV-Diagramm richtig aufgestellt werden. Eigentlich ist es nur eine etwas andere Schreibweise der Wertetabelle, von der wir immer ausgehen. Die Größe des KV-Diagramms hängt von der Anzahl der Eingangsgrößen ab. Denn jedes Feld steht für eine mögliche Kombination der Eingangswerte. Bei zwei Eingängen braucht man vier Felder, bei drei Eingängen acht, bei vier dann 16 und so weiter. Beginnen wir ganz einfach mit nur zwei Eingangsleitungen. Das KV-Diagramm hat vier Felder. Die Spalten und Zeilen beschriften wir mit unseren Eingangsgrößen. Die erste Spalte steht für A gleich 1, die zweite für A gleich 0. An die erste Zeile kommt B gleich 1 und darunter B gleich 0. Statt 1 und 0 nennen wir die Spalten ab jetzt A für A gleich 1 und A quer für A gleich 0. Das gleiche gilt für den Eingangswert B. Im ersten Feld kreuzen sich die erste Spalte und Zeile, das heißt es steht für die Kombination A und B, beziehungsweise A gleich 1 und B gleich 1. Das Feld daneben steht für A quer und B. Links unten die Kombination A und B quer. Und das rechte untere Feld steht für A quer und B quer, also A gleich 0 und B gleich 0. In der Größenordnung braucht man normalerweise noch kein KV-Diagramm. Das bekommt man auch so hin. Ich wollte damit nur erstmal das Grundprinzip erklären. Machen wir mal einen etwas größeren Plan für vier Eingänge. Wir brauchen 2 hoch 4, also 16 Felder. Die Zeilen und Spalten beschriften wir wieder mit den Eingangsgrößen. Jetzt stehen die ersten beiden Spalten für A und die beiden anderen für A quer. Ich schreibe das mal in einer etwas anderen Form mit einem Verbindungsstrich über beide Spalten. Genauso machen wir das mit den Zeilen für B und B quer. Jetzt müssen wir aber aufpassen bei den anderen beiden Eingangsgrößen. Würden wir das hier genauso machen, würden sich im ersten Feld A, B, C und D treffen. Im zweiten Feld aber auch. Und auch in den beiden Feldern darunter. Wir haben jetzt vier gleiche Eingangskonstellationen, was im Umkehrschluss heißt, es fehlen drei. Das gleiche Problem gibt es bei den vier Feldern daneben. So kann der Plan nicht funktionieren. Jede Eingangskombination darf nur genau einmal vorkommen, nicht mehr und nicht weniger. Man könnte auch sagen, zwischen zwei benachbarten Feldern muss und darf sich nur ein Wert ändern. Beim Übergang zwischen den beiden Feldern ändert sich aber der Wert für A und für C. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass der Plan so nicht richtig ist. Wie korrigieren wir das? Wir verschieben die Werte für C und D um eine Zeile oder Spalte. Die mittleren Spalten sind jetzt für den Wert C und die beiden äußeren für C quer. Man könnte das auch andersherum machen. Und das gleiche machen wir für die Zeilen für D. Jetzt kommt jede Variante von A, B, C und D genau einmal vor. Im zweiten Schritt wird das KV-Diagramm jetzt ausgefüllt. Das bedeutet, in jedes Feld schreiben wir, welchen Wert der Ausgang bei der entsprechenden Eingangspegelkombination hat. Also bei A, B, C und D gleich 0 soll der Ausgangswert 1 sein. Das ist dieses Feld im KV-Diagramm. Auch bei A, B, C gleich 0 und D gleich 1. Bei A gleich 1 und B, C und D gleich 0 zum Beispiel ist Y dann 0. Und so füllen wir alle Felder aus. Jetzt geht es darum, aus den Feldern möglichst große Blöcke zu bilden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen die sogenannte Min-Term-Methode, die ich hier hauptsächlich benutzen werde, wo es um die Zusammenfassung der Felder mit der logischen 1 am Ausgang geht, während man bei der Max-Term-Methode die Nullen kombiniert. Blöcke können gebildet werden aus benachbarten Zellen mit gleichem Inhalt, und zwar nach folgenden Regeln. Die Größe des Blocks muss eine Zweierpotenz sein. Also es können Zweierblöcke, Viererblöcke, Achterblöcke oder bei größeren Plänen 16er oder 32er Blöcke usw. gebildet werden. Je größer die Blöcke sind, desto mehr kann der logische Ausdruck vereinfacht werden. Die Blöcke müssen rechteckig sein und sie können sich überschneiden. Machen wir das mal an unserem Beispiel. Aus den beiden rechten Spalten kann ein Achterblock gebildet werden. Bleiben in der Mitte noch zwei Einsen, die nicht erfasst sind. Natürlich könnte man daraus einen Zweierblock machen. Das wäre aber nicht die beste Lösung. Besser ist es mit den beiden benachbarten Feldern einen Viererblock zu bilden, denn die Blöcke dürfen sich ja überschneiden. Blöcke dürfen auch über die Ränder hinausgehen, denn wir können uns das KV-Diagramm mehrfach nebeneinander gezeichnet vorstellen. Oder dass der Plan so zusammengerollt wird, dass sich die Seiten berühren. Also auch das könnte ein Achterblock sein. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Und auch über Eck lässt sich ein Viererblock bilden. Was nicht geht, sind diagonale Verbindungen. Auch diese Blockbildung ist nicht erlaubt. Und auch dieser Block funktioniert nicht, denn es sind sechs Felder und sechs ist keine Zweierpotenz. Man müsste daraus zwei Viererblöcke machen. Jetzt können wir aus dem Plan die optimierte Logikgleichung ablesen. Ohne Optimierung würde man aus der Wertetabelle diese lange Formel erhalten. Bei der MinTerm-Methode werden die Werte innerhalb der Blöcke unverknüpft und die Blöcke miteinander oder verknüpft. Bei der MaxTerm-Methode ist es umgekehrt. Die Ausdrücke in den Blöcken sind oder verknüpft und die Blöcke sind unverknüpft. Zusätzlich muss jeder einzelne Ausdruck negiert werden, da wir ja mit den Nullen statt der Einsen arbeiten. Am Ende sollten beide Methoden zum gleichen Ergebnis führen. In unserem Beispiel gibt es den roten Achterblock und den grünen Viererblock. Der rote Block berührt die ersten beiden Spalten nicht, darum kommt der Wert A nicht vor, sondern nur A quer. Da er über alle Zeilen geht, ist darin sowohl der Wert von B und B quer. Genauso C und C quer, sowie D und D quer. Wir können jetzt alle Werte, die doppelt vorkommen, streichen. Für den roten Block bleibt allein A quer übrig. Der grüne Block umfasst A und A quer, B und B quer, sowie C und D. A und B können gestrichen werden und es bleibt C und D. Beide Blöcke werden oder verknüpft und wir bekommen im Ergebnis A quer oder C und D. Nach der Max-Term-Methode können wir zwei Viererblöcke bilden. Im roten Block enthalten sind A, B und B quer, C quer und D und D quer. Nach dem Streichen bleibt A oder C quer. Die Ausdrücke müssen jetzt noch negiert werden. Es bleibt also A quer oder C. Der grüne Block beinhaltet A, B und B quer, C und C quer und D quer. B und C werden gestrichen. Bleibt A oder D quer und negiert A quer oder D. Beide Blöcke werden unverknüpft und nach dem Ausklammern bekommen wir die gleiche Lösung wie vorhin. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Dazu nehmen wir die zweite Aufgabe aus dem letzten Video. Bei drei Eingangswerten muss unser KV-Diagramm acht Felder haben. Wer möchte, kann wieder das Video anhalten und das erstmal selbst probieren. Tragen wir zuerst die Ausgangswerte ein. Es sind zwei Viererblöcke möglich. Der rote Block schneidet sich mit A, A quer, B quer, C und C quer. Übrig bleibt B quer. Der grüne Block beinhaltet A, A quer, B, B quer und C quer. A und B fallen weg. Als Lösung bleibt übrig B quer oder C quer. Genau das gleiche Ergebnis hatten wir im letzten Video durch Umstellen der Ausgangsformel ausgerechnet. Bei der Max-Therm Methode geht nur ein Zweierblock. Er berührt die Felder A, A quer, B und C. A entfällt. Nach dem Negieren der Werte kommen wir auf das gleiche Endergebnis B quer oder C quer. Im folgenden Fall sind die Vereinfachungsmöglichkeiten nicht sehr groß. Nur ein Vierer und ein Zweierblock sind möglich. Die Eingangswerte A bis D kann man als 4 Bit einer Binärzahl sehen. Damit stehen in der Wertetabelle die Zahlen von 0 bis 15. Angenommen durch eine vorgeschaltete Logik oder eine Software wird dafür gesorgt, dass am Eingang nur die Zahlen 0 bis 9 auftreten können. Dann ist der Y-Wert bei den Zahlen 10 bis 15 egal. Er kann also 0 oder 1 sein. Auf Englisch nennt man das einen Don't Care Zustand. Ich symbolisiere das mal mit einem Sternchen. Und die werden auch in das KV-Diagramm übertragen. Was bringt uns das? Nun, wir können jetzt die Don't Care Ausdrücke mit in die Blockbildung einbeziehen, wodurch größere Blöcke möglich sind und sich die Logik stärker vereinfacht. In unserem Fall wird aus dem Vierer ein Achterblock und es entsteht ein weiterer Viererblock. Noch ein Hinweis. Im Binärcode wird meist das niederwertigste Bit, also die Einerstelle mit A bezeichnet. Die Bezeichnung der Spalten in der Wertetabelle muss dann umgekehrt werden. Wer sich nochmal mit dem Binärcode beschäftigen will, findet hier auf dem Kanal auch das passende Video. Auch diesmal wird es mit Einmal Ansehen des Videos nicht erledigt sein. Der schwierigste Teil beim KV-Diagramm ist das Richtige Aufstellen und Ausfüllen. Der Rest ist dann einfach. Zum Üben gibt es auch heute wieder eine Hausaufgabe. Ich gebe zu, es ist eine Fleißaufgabe, aber Übung macht den Meister. Für die Auflösung werde ich wahrscheinlich ein gesondertes Video machen müssen. Die Coda-Schaltkreise wie der 7446 wandeln einen Binärcode in die Darstellung der Ziffern 0 bis 9 auf einer 7-Segmentanzeige um. Mit 4 Bit lassen sich aber die Zahlen von 0 bis 15 darstellen. Wir kümmern uns um die Darstellung der Zahlen 10 bis 15. Unser Decoder soll die Zahlen im Hexadezimalkode darstellen, also durch die Buchstaben A bis F. Um Verwechslungen mit einer 8 oder 0 zu vermeiden, müssen das B und das D als Kleinbuchstabe angezeigt werden. Im Binärcode ist das A das niederwertigste Bit. Die 7 LED-Segmente unserer Anzeige werden, wie in der Abbildung dargestellt, mit Klein A bis G bezeichnet. Die Wertetabelle habe ich schon mal ausgefüllt. Eine 1 bedeutet, das Segment leuchtet. Besucht ist eine Ansteuerschaltung mit Standardgattern. Kleine Hilfestellung. Jede der 7 LEDs der Anzeige braucht eine eigene Ansteuerlogik. Bei 7 Ausgängen muss man auch 7 Berechnungen machen. Also, wie sieht die Ansteuerschaltung aus? Wer was lernen will, sollte es wirklich erstmal selbst versuchen und nicht einfach auf die Auflösung warten. Ich überlasse es jedem selbst, wie er zum Ziel kommt. Es ist egal, ob er mit dem Kanoplan oder mit den Umformungsregeln aus dem letzten Video arbeitet. Entscheidend ist das Ergebnis. Bleibt noch die Auflösung der Aufgaben aus dem letzten Video. Als erstes solltet ihr eine vorhandene Logik-Schaltung optimieren. Stellen wir zunächst aus der Schaltung die Logik-Formel auf. Im oberen Zweig haben wir ein NENT aus A und B, welches dann ODER verknüpft wird mit dem negierten Wert von C. Im unteren Zweig gibt es ein 3-fach ODER aus A negiert, B und C negiert. Beide Ausdrücke werden dann unverknüpft. Durch Anwendung der demorgenschen Regel wird aus dem NENT ein A QUER oder B QUER. B kann jetzt eliminiert werden. Durch Ausklammern nach Regel 22 bleibt A QUER oder C QUER übrig. Durch nochmaliges Anwenden von Regel 16 wird daraus A und C negiert. Übrig bleibt also ein einfaches NENT von A und C. Wir haben dadurch 5 Gatter eingespart. Im zweiten Teil der Hausaufgabe sollte diese Logik-Formel vereinfacht werden. Ich will nicht ausschließen, dass es auch einen anderen Lösungsweg gibt als den, den ich hier zeige. Der hintere Ausdruck lässt sich zusammenfassen zu einfach nur C. Der nächste Schritt ist etwas tricky. Wir wenden die demorgensche Regel mal etwas ungewöhnlich an und es scheint so, als ob der Ausdruck dadurch noch komplizierter wird. Über die Klammer aus B und C wird ein gemeinsamer Negationsstrich gezogen und aus dem UND wird ein ODER. Damit das Ergebnis wieder stimmt, müssen B und C nochmal negiert werden. Jetzt wird DEMORGEN nochmal angewendet auf A und die Klammer aus B oder C. Die doppelten Negationen können jetzt beseitigt werden. Nach dem Distributiv- oder Verteilungsgesetz kann sozusagen mit C ausmultipliziert werden zu zwei Klammer ausdrücken. Die innere Klammer kann entfallen. C-Quer oder C ergibt 1. B-Quer oder 1 ist auch 1. Bei der Unverknüpfung eines Ausdrucks mit 1 verschwindet die 1. Als Ergebnis bleibt einfach nur A oder C. Ich denke das war schon etwas anspruchsvoller. Falls das jemand von selbst geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, das war wieder ein sehr theoretisches Video. Im nächsten Teil bietet es sich wieder mehr an praktisch zu arbeiten. Das Video heute war so schon lange genug. Viel Erfolg bei der Hausaufgabe und wir sehen uns dann wieder in Teil 4 der Serie. who ist das Video. Bis zum nächsten Mal.